Hey, herzlich willkommen zurück bei GDA 4 The Ballad of Gay Tony Yo, was geht's? Und ich bin natürlich der TrainerP und jetzt wollten wir ja irgendwas Chaosmäßiges machen Aber wir haben das letzte Mal ja so schön krass, ja, einen Typen die Eier mit Golfbällen beschossen Und waren noch im Puff, nee, im Puff nicht, im Club und haben da getanzt, getanzt, ja, getanselt Und jetzt muss ich mich erstmal zusammenholen, hier, so, ganz gechillt, ganz gechillt wieder zurücklehnen Und wir haben das letzte Mal ja, ja, am Anfang haben wir ja ein bisschen im Club rumgehangen und so Und das war ziemlich chillig, weil er hat gleich mal einen umbekommen, ja War ja nicht das hübscheste Ding, aber scheiß drauf, reingesteckt, ist reingesteckt Und, äh, und wir wollen ja mal weitermachen Und zwar, wir könnten jetzt einmal zu Mori fahren Einmal zu Tony Ich würde ja sagen, wir fahren erstmal zu Tony, oder? Ja, wir fahren, wir fahren jetzt zu Tony Ich hätte jetzt jemanden mit Winter Dankeschön Verpiss dich Alter, er hat's wirklich geschafft Oh, die Karre nehmen, die gefällt mir Piss dich genau, Junge Oh, die Karre nehmen, oh Oh, meine Karre Alles meine Alles meine Yay, wir wollen ja erstmal zu Tony fahren Oh, das ist okay Dieser Radiosender ist echt... Freude ich nicht! Freude ich auch nicht. Es tut mir leid. Komm schon. Ja, ich wurde ja auch schon wieder bei Youtube angeschrieben. Wegen Urheberrechtsverletzungen. Weil es ein Lied geschrieben hat. Was gleich im Club war. Nee, nee, nee. Sagt da Youtube. Kriegst du nix Werbung für Geld und so. Hey, man. Hey, Bro. Donnie in? Yeah. Ich bin ein Fertig. Ich bin ein Fertig. Ich bin ein Fertig. Oh, Mann. Oh, Mann. Dann wollen wir mal losziehen, wa? Bisschen Stress in den Vertriebsschiffen schaffen. Hey, Mr. Tony, you remember me? Of course, of course. My business partner, Mr. Lopez. Yusuf Amir, what is up, homie? Not much. Hey, you guys want to join us maybe for a bit of this or a bit of that? Ah, we'd love to, but we gotta go deal with some business. Okay, good. Good seeing you. Take care, huh? Whoa, 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 whoa! And if you ever want to talk about franchising this place, just give me a call. We will. We absolutely will. Hey, let's go, I'm in the mood, baby! Nein, nein, nein. Immer diese Franchise-Internet. Also, das ist schon hart, ne? Also, aus dem Geschäft eine Franchise zu machen, klar, gibt es mehr Cola, aber... Du hast umso mehr Abgaben an dem Typen, der das Ganze leitet. So schaut's aus. So, bring Brackenherdler. Bring Brackenherdler. Decken wir hier. Oh. Oh. I mean. This is serious. A fucking Mafia. Even if we did have the money to pay them back, they wouldn't take it. They're gonna ride us into the ground. But you don't have the money, do you Tof? Hey, what about that thing in London? That gonna pull us through this? Didn't I tell you? Shit! London ain't happening. And I wouldn't travel to that center to London anytime soon if you were thinking about it. Fuck! Ich kann das so alles nicht mitlesen, mein Englisch ist grad nicht so meine Stärke, das ist so, ja. Uh, geht's da runter? Nee, aber die Tür hab ich weggefasst, ja. So. Erstmal so 35.000 FPS haben. Du. Boo. Hey, Watson, you grease motherfucker. Ja, we're not wind at all. You are not in a position to choose who you help and who you do not. Yeah, well that kid's got a big mouth, okay? And he ain't in no position to be writing checks for us, okay? We are not going to be able to help you. Period. Let's go to him. Sorry to waste your time, mister, um... You are not going anywhere until we have an arrangement. No, I'm afraid we are. There is no arrangement. You got a problem? Take it up with your boy Rocco. You are not negotiating column inches and bar tabs, you insolent fuck! We are serious people! Really? Hmm. Yeah, really! What is wrong with you? I was supposed to be the irrational idiot with the anger issues. I got anger issues. Okay? The guy tries to shoot me because I can't arrange the license for him. Please. Give me a break. Oh, god! Oh, shit! They're coming for us! Uh! Schießerei! Ballerei! They're coming now! Why couldn't we play? Why couldn't we play? Come on! Come on! Come on! Come on! It ain't me going down! Luis! Will you give me the honor? Fuck! Ja, I will out of the deck! Oh, man! Haha! I will out of the deck! I will out of the deck! You are out of the deck! I will out of the deck! Don't get up there, fuck! Fuck! Now I'm dead! You are dead! Die! They're coming from me, bro. You are dead! You are dead! Shit! 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 What? 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 Not like one Two The one Year to him , well Ghost He right He right t iki good And Another One Behind Wink imat Jetzt hat er nachgeladen, Mann! Perfekt! Just Perfekt! Hey, wir wollen dich nicht kämpfen! Mann, geh da! Oh shit, was ist jetzt passiert? Ich kann es nicht hören! Das ist gar Spaß! Hör mal! Ich bin auf der Seite! Ich bin auf der Seite! Du hast nicht mehr funktioniert! Na? Ich bin auf der Seite! Das nehmen wir noch mit, oder? Was? Nehmen wir mit! Nehmen wir auch noch mit, hier. Fatboy Slim, Alter. Der hält so viel Fett, Alter. Und dass er jetzt das tot ist und jetzt sieht er aus wie eine Rollbox. Wir haben ja alles zerstört hier. Ja, komm schon. Na, da war doch bestimmt noch so ein Fatboy Slim, Alter. Ja, da war's. Ja, da war's. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Und da war noch einer. Der ist schon zu Hause. Die sieht auch schon viel, viel besser aus. Und da ist das so. Der ist ja schon zu Hause. Ja, der ist ja sehr glücklich. Wie funktioniert das? Das ist alles klar, Bro. Oh! Schön an Hörnbrein. Erstmal anrufen hier! Fick dich! Die springen hier einfach erstmal so fett rein alle, weil du denkst, hey, ich bin Jackie Chan oder hey, ich bin Chuck Norris, ich schärf mich. Hä? Es ist mir oder du, Bro! Ich oder du! Was habe ich getan, um das zu verdienen? Halt fest, Bro. Ich schaue mich an. Hmmmm... Hey, hey, don't assfucker! When's this gonna stop? Das wird ernst gechült. Was? Der Typ lebt ja immer noch. Oh, shit! I flexed on your entire set. I'm a kill rocker when we get out of here. Lasst mir ja meine Kumi, äh, Kaugummi ganz. Let's go, bitch! Okay, wenn ihr's nicht wollt. Mann, was willst du ständig mit dem Handy? Ich spiele Altbande. Ich spiele Altbande. Na? Clear? Es ist nicht witzig. Ja, ich weiß, dass es nicht witzig ist. Mann, Fettboy, ich swim kann sich nicht mal verstecken. Ja, verstecken muss geübt sein. Fett, sag! Yay! Ja! Ja, da Digga ne neue. Da Digga ne neue, Zeichen. Warte, bis Tony das Gebäude verlässt. Verlässt! Komm schon, Tony! Alter, wie langsam ist der denn? Komm schon, Tony! Hey, ich fahr dich zum Apartment, will you? Hey, ich fahr dich zum Apartment. Pussin! Überhaupt nicht auffällig. Ja! Du wirst nichts machen, Luke. Du spielst es gut. Wir können es nutzen, wenn wir smarten. Wir würden nicht genug, um in die Death Trap für die Kinder zu gehen. Ich dachte, wir würden die Brains rausziehen. Du fährst dich dann? Dann nimmst du den Rocko? Riff ihm einen neuen? Ich habe ein Gefühl, wir sind nicht die einzige, die ihn rißen. Gott, ich ähre meine Pille! Geh' nicht auf diese Scheiße, Tee. Ich bin ernsthaft. Ja! Toni schmeißt irgendwelche Pillen in sich rein. Das ist gar nicht gut. Ja! Wir wollen speichern! Dankeschön! Und? Je! Schaden 9% Zeit. Fatale Treffer 100%. So. Dann wollen wir mal zu Mori fahren. Gucken, was der will. So. Ja, ja, ich weiß, dass Mori. Ich könnte auch mal ein bisschen die Grafik noch ein bisschen runter schrauben. Ja. Komm schon. Das klingt jetzt nicht so viel, aber jetzt bin ich das fast. So. Vielleicht nehme ich jetzt das nächste Mal mit dem Catcher Card auf und gucken. Okay, ja. So ist es auch besser. Hallo. Tony! Was ist passiert, Mann? Wer ist das? Best! Josef Abir, Mann! Wer? Der Mann, der will über Franchise deinen Klubs sprechen. Hey, die Gespräche sind von Tonis Department. Mr. Tony gave me your number. There are some other matters I need to discuss before we get down to the real shit. Hey, if Tony gave you my number, then it's okay, bro. Great! Come hang out at my apartment. It's right on the middle park. Prime location. One of the most exclusive in the city. Two dollar shit. You'll love it. Ja, all right. I'll be by sometime. Just don't wait up. Oh boy!